TNT Film präsentiert Ein Abend mit Max Wiedemann und Quirin Berg. Die Oscar-prämierten Erfolgsproduzenten des Kinofilms Das Leben der Anderen gewähren Einblicke in ihre Karriere. Wir wollen in Deutschland einen Schritt nach dem anderen gehen und einfach unsere Filmwelt so aufbauen, wie wir uns das vorstellen. Als Filmproduzent hat man ein sehr spannendes Aufgabenfeld und eine tolle Mischung aus kreativen und wirtschaftlichen Themen vor die Kamera hat uns nie wirklich gezogen. Und wünschen sich anschließend drei ihrer Lieblingsfilme. Terminator, Vicky Christina Barcelona und Psycho. Ein Abend mit Max Wiedemann und Quirin Berg. Diesen Montag ab 19.45 Uhr. TNT Film. Großes Kino.